das ist alles in ordnung aber ich glaube die musik ist ein kleines stück zu laut oder ich ein kleineswertes stellen das müssen die da das war die da da die da da die da da das muss kurzen eine gruppe reinschreiben sind von wind und dann würde ich hier um etwa zwei stunden zehn mal morgen früh muss ich ganz früh raus na guck mal guck mal elf leute de monge mori oder mori kommt leute packen das als community wir schaffen das hier auch wenn wir jetzt ein single player oder sonst irgendwas machen wir packen das trotzdem aber ich glaube ich tue erstmal kurz mein handy anstecken weil mein ähnliches handys gleich leer und darf mich echt kennen was soll das denn Soll ich das ohne probleme jetzt hinbekommen hier Ja Ich kapiere den witz vollkommen Oh Eins per simpel der Rest ist schwer Da ja ja Coco Chambu ja 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 Put me up put me down Put Buffy back on the ground Was ist wenn ich jetzt hier so ran fahre Was ist wenn ich jetzt hier so ran fahre Put me up put me down Make me happy Das ist interessant diese Musik ist vor allem nicht GEMA geschützt Und jetzt probiere ich hier den skillshot Und jetzt probiere ich hier den skillshot Aber ich merke gerade meine anzeige spinnt noch Und jetzt probiere ich hier den skillshot Und jetzt probiere ich 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 den skillshot Na ja ja Twitch viewers Start Achso Das hat noch nie funktioniert Jetzt mal mit den Twitch viewers auch live am Start Läufe doch Ich geh nach Hause Ich gehe nach Hause, habe ich keine Lust dazu Was ist das für ein Zeichen? Ey, weil wenn ich die schon mal hier an der Seite habe Twitch hat mir jetzt vorgeschlagen Dass ich jetzt Geld verdienen könnte mit denen Da ich mich so sehr reinhänge hier Was soll das? Ich klicke aber dann nochmal eine alte Schissband an, das ist gut Ja, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber Ich hänge mich auch so sehr rein hier in Twitch Hoost, hoost, hoost 86 Damage Gar nicht mehr so schlecht So gucken Habe ich einen 45 Grad? Ich habe einen 55 Grad Probieren wir es mal trotzdem Wie schnell geht das hier? Äh, ne Das wurde mir auf meinem Twitch-Kanal einfach mal dargestellt Das ist irgendwie recht komisch, aber Kannst du mal vorlesen Äh, du hast hart daran gearbeitet, deinen Kanal zu vergrößern Nun wird es Zeit für den nächsten Schritt zu gehen Werde ein Affiliate Keine Ahnung, von Twitch Und sichere die Möglichkeit auf Twitch-Einnahmen aus Bits zu erhalten Ähm, wo ich natürlich noch nie so Mich reingelesen habe und natürlich auch nie unbedingt möchte Weil ich glaube, du kennst ja meine Meinung dazu So, ich geh mal kurz mein Handy aufladen Weil ich bin ja morgen nicht da Und deswegen muss mein Akku voll sein Und das ist natürlich eine miese Sache Wenn ein Akku nicht voll ist Richtig mies Ich kann leider keinen Stream mal machen Weil ich aus dem folgenden Grund, äh, einfach mal nicht da bin Ist das nicht schön? Der One Bouncer Der ist für hier ganz schlecht Hat er mich getroffen? Oh, der hat mich so kommen immer getroffen Nicht gut Ja Geile Waffe Äh Mega schade, dass ich am Wochenende nicht da bin Äh Gute Sache aber für Ich bin, ähm Muss weiter schießen Ich bin, 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 ähm Na Pfingst Sonntag zu Pfingst Montag Wird ein Swim Wieder gemacht Bei mir Das bedeutet Äh, wieder ein Übernacht Oh, ich habe mehr was gesagt Was habe ich noch so schönes Oh, ich würde mich nicht bewährlichen Ich bin, äh, wieder dabei Gute ist wieder dabei und dann hört so weil ich prob mein internet und ich hier mein chat lesen kann er ist durch der mensch bin ich einverstanden aber komm wir kriegen doch je mehr leute zusammen der meister hat hier zwölf zuschauer sowas das ist ja eigentlich ein blubber warum geht meine anzeige nicht das ist ok ok oh ich sehe gerade da ist jemand online live gekommen oder live nicht sondern ähm auch shellchock angemacht aber ich weiß nicht mehr welcher das war oh und und also oder hier müssten jetzt wirklich die eltern zuschauen das wäre so nett wenn ich den genau getroffen hätte alter was ist denn bei dir los hier snaps scheint wohl so als ob es irgendwie nicht richtig läuft tritt studios mache ich das eben so jetzt ist die anzeige fp mit nick servus guten abend eins mehr da kann das abo rein da kann da wo machen wir mal kurz pause da drüben ist mein ding sehr genau rp mit nick hat abonniere dankeschön dafür so torpedos kommt ihr trefft nick bringt deine leute hierher hier ist so viel power in dem stream drinnen so vielleicht noch nie irgendwo anders gesehen habe ich mal wird zwar nicht so sein aber bring leute her hier wird party gemacht wenn ich schon am mittwoch nicht die 90 leute erreicht habe kriegt das heute locker hin an der westmen und sogar noch 95 leute dann ist der hype 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 die torpedos ist ganz schlecht hier nein so ich habe gerade eine schöne anfrage bekommen ist es von dir nick ist die anfrage von dir jetzt mal live ist die anfrage von dir nick steam level 5 ja ist von dir gut okay nehme ich gerne an annehmen nämlich ganz gerne an wie gesagt ähhhhh Wasserballon also ich kann dann gerne ah nein ja klar ganz gerne wie gesagt hol auch leute dazu die schöne waffe alter die trifft die klub die macht ein bisschen schauen klar bringt gerne auch dann noch leute dazu die jetzt noch bock haben zwei stunden ungefähr zu zacken zwei drei stunden drei maximal es wäre richtig richtig geil ich hätte auch extrem bock darauf einfach wieder wie am mittwoch da war auch so ne oh nein ich habe heute ein let's play gesehen und da hat auch derjenige geschossen und da hat das ding einfach nur schaden gemacht hmmm ja ja ich mache gleich ich mache gleich hier ne 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 online ding auf hier wie nennt sich das gleich oh mit nem kaktus oh ne komm wir machen ganz einfach live guck mal mach mal frosch könnte man jetzt machen aber man hätte das gedacht das könnte man eigentlich jetzt machen kein problem also du kannst ihm mit level 1 ankommen du kannst aber auch mit level 35 ankommen oder ich wollte mir was hören sagen oder 105 oder wie ist es mir ist es doch mir ist es egal ich mache online jetzt auf multi so machen wir natürlich hier nicht nur für zwei machen erstmal hoch übertrieben nächste sechste runde man of the world lp live bin mal gespannt ob hier welche nachschauen du kannst mir gerne nachschauen ich kann dir auch eine andere frage schicken fällt mir gerade so ein ja shellshock shellshock zwei leute die shellshock spielen nee da ist noch jemand gewesen volker einladen alle einladen mal gucken alex alex deutschland kommt rein kappnummer kommt rein das bist du das weiß ich kapitän kommt rein wir machen natürlich generated map ich habe hier bloß nicht warum ich so wenig dings aber hier 370 waffen ist sicher jetzt erst viel zusammen kommt rein jetzt kommt natürlich die frage ob der andere rund noch rein kommt den ich eingeladen habe einmal auch schon mal ready weil ich bin eigentlich auch komplett bereit schotter 0 0 1 was hallo an alle nein warum das kapiere ich jetzt nicht ich könnte mir auch irgendwann mal was kaufen es ist obst im haus ich weiß nicht was er gesoffen hat aber er hat zu viel mit wenig bin ich oh gegen alex sogar aber das freut mich ja auch hier auch hier zu kommen irgendwas gut ist irgendwas gutes knapp dann nehmen wir es auch vorbei Ich dachte, ich kam gerade noch mal ein Abo rein. Musst man das so nehmen. Elf mit dem Ding ist der Letzte, der mir einen Links geschrieben hat. Mansi, hallo. An alle random. Nein, nein, nein. Hä? Hä? Geh weg, Junge. Wurde ich gerade getroffen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Oh, oh. Byte, kannst du noch welche herholen? So ein paar vom Mucka wegnehmen. Hust, hust, hust. Was habe ich jetzt getroffen? Neu, nein, ich bin der Sniper. Warum nicht? Ich würde sagen, er tut mir so leid. Okay. Lake, what? What the fuck? Vor allem finde ich das geil, irgendwie bei mir auf meinem Kanal sind die meistgeklickten Videos die Live-Sweams. Deswegen machen wir auch die Live-Sweams auch extrem viel Spaß, weil ich die auch dann hochladen kann so ordentlich. Eigentlich muss man sich auf Alex schmeißen. Tracer habe ich. Nein, nicht Chris. Nein. Nein. Also ist nur das nicht. Okay, die gehen auf mich. Das war aber keine Ghostbomb. Das war doch eine Ghostbomb. Okay. Nein, ich wollte nicht. Das war nicht mit Absicht. Oh, natürlich nicht alles in Caps schreiben. Aber wollen wir mal ein bisschen über gestern so reden. Natürlich so über den Web-Video-Preis. Ich hätte jetzt echt gedacht, also ich habe mich übelst gefreut, dass die Marmeladen-Oma gestern den Preis gemacht hatte. Darauf, da war ich übelst froh gewesen, dass die Marmeladen-Oma gestern den Live-Sweams-Preis abgeräumt hatte. Ich bleibe mal, die ist 85. Und hat damit, äh, auf... Ist die älteste, glaube ich sogar, die irgendwie was gemacht hat. Sie hat es verdient. Wer hat es verdient? Oh, da ist die Amor. Nehme ich natürlich auch gerne an. Morgen ist für mich nach Magdeburg. So über Nachts. Die Marmeladen-Oma. Ja, das... Die hat es verdient. Man muss ja auch mal, äh, was dazu sagen. Weil sonst, äh, ist es, glaube ich, ein bisschen... Äh, äh, Zenschi... Okay. Der Zwiebel auch. Der Zwiebel, der Name sagt mir nichts. Ah... Ah... Nee... So, mal gucken, hat da nichts noch mal was geschrieben, nö. Oh... 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 Ich bin... Tot. Totes. Und auch nicht... Das hätte ich jetzt nie gedacht. Ne, so schaffen wir das, dass ich nächstes Jahr auch beim Webvideopreis bin, so als Newcomer. Und das wäre doch auch ziemlich geil, oder? So Newcomer von, 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 von Gaming her? Boah, das wäre doch perfekt. Ich habe denke... Oh, 50. Wer würde sich das nicht wünschen? Ah, okay. Sag mir trotzdem nichts. Oh... Wer hat mich jetzt eigentlich getötet gehabt? Na, hoi... Puh... GG. Ich habe die Musik ausgemacht, wer sich vielleicht wundert, äh, weil manchmal geht das übelst auf dem Keks. So, da ist ja jemand rausgegangen. Natürlich gleich ready machen. Mh, 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 mh. Döhm, 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 döhm. Ey, überleg mal, Byte. Es gab ja schon mal jemand, der hat in einem Jahr 100.000 Abonnenten bekommen. Jetzt überleg mal, ich sitze seit drei Jahren hinter YouTube. Habe keine neuen Abonnenten, irgendwie so großartig. Und innerhalb von diesem einen Jahr jetzt, würde so ein übelster Push kommen, wo ich auf einmal 100.000 bekommen würde. Überleg mal, das wäre so krank. Das wäre so ultramäßig krank. Stream wäre ja alleine schon. Da würde ich ja trotzdem dorthin kommen und dann vielleicht als Lifestreamer aber dargestellt. Und nicht als T-Tuber, sondern als Lifestreamer. Das wäre so ultramäßig krank. Überleg mal, das brauchen wir nur so weitergehen wie jetzt, äh, äh, wie der ehene Stream. Wo innerhalb von ehem Stream da... Wie viele Leute dazu kamen? 30? Ein Hex, genau. Und ich müsste das mal gucken, was habe ich denn für Waffen? Oh, Python. Und die trifft genau. Och, Mann. Und der trifft auch genau. Was sind wir für Lucks? Okay, außer der ehene nicht, aber... Lack. Der ist ja fast tot. Oh, Waffen. STL Lock. Der gibt es auch noch. Suite lines Logistik. ETS, äh, Runde werden das vielleicht interessiert. Nein. Nooo. Sinkhole. Oh. Ja klar. Bei mir sind es, äh, im Durchschnittsummen die 5 Zuschauer manchmal. Das ist bei, äh, im Moment 88 Follower. Ist eigentlich auch was Gutes. Da kann man sich auch extrem freuen. Mit meinen Livestreams die ich auf YouTube hochlade. Also mit meinen Videos die ich auf YouTube... Da waren ja auch die letzten mit 15 Aufrufen dabei. Scheibengleistik, komm ich nie raus. Na, nicht. Nice. Oh. Was hätt ich so gut treffen können? Ja, aber wie gesagt, äh, ich werd meine Kamera mal mitnehmen und dann so ein bisschen was, äh, aufnehmen, gucken. Vielleicht ein bisschen Magdeburg zeigen. Äh, es geht nämlich darum eigentlich, man trifft sich mal die beste Komplinen mit jemandem. Und falls er nicht kommen, dann machen wir uns einen schönen Tag. Und wenn er da ist, dann muss ich mal gucken, wie ich mir den ganzen Tag in Magdeburg verbringe. Also das heißt, Kamera mitnehmen und Spaß haben. Und ich bin tot. Oder auch nicht. Schön, dass sie mir noch eine Chance geben. Habe ich mal. Und ich bin tot. Also wir haben schon wieder die Runde verloren, weil sie das gesagt haben. Ja, aber liegt nie an mir. Nö, nö. Ich bin ja der Beste hier. So, und guck mal, heute gucken mir zwei Leute, zwei, drei Leute zu und das ist doch. Ja klar, weil manchmal der größte Scheiß auch ein paar Klicks bringt. Wenn ich mir jeden Tag den Penis abschneiden würde, dann würden auch die Leute, oh mein Gott, der schneidet sich jeden Tag seinen Penis ab. Oh, wie geil ist der Kunde. Ähm. Ich sag jetzt mal, ich habe ja auch keinen, keinen richtigen Arbeiter dahinter. Äh, bei mir ist es ja so, ich bin ja jetzt bei langsam Ausbildung zu Ende. Ende des Monats bin ich, äh, raus aus der Ausbildung und gehe in das richtige Arbeitsleben rein. Sag ich es mal so. Und danach versuche ich, ähm, gucke ich wie die Zeit dann ist und versuche eben weniger Videos zu machen. Im Moment habe ich die Videos vorproduziert bis zum, ich glaube 17. nächsten Monats. Und ich muss eben, ähm, muss eben gucken. Danach will ich eben die Videos mehr schneiden, äh, und bearbeiten, versuchen mehr zu bearbeiten. Mal gucken wie es wird. Aufhören tue ich nicht. Im Notfall mache ich aber auch, äh, dass ich eben, äh, nur noch Twitch mache und die Twitch Aufnahmen auf YouTube hoch lade. Die sind ja eigentlich auch, wie gesagt, gut gesehn. Mache ich dann auch einen neuen Kanal, der dann Man of the Life, live heißt. Oder Man of the Life, live heißt. Oder Man of the Life, live, oder? Wehe ich es nicht. Ich muss natürlich aufmachen, aufpassen, dass ich nicht ganz so viel bin. Du liebst es zu schneiden. Bei mir ist es so, ähm, aber ich muss erstmal hier, das schneiden ist eine geile Sache, muss man sagen. Es macht auch Spaß, welche Vlog-Videos zu machen und die zu schneiden. Wenn ich dann zum Beispiel, äh, statt auf der linken Ecke auf der rechten Ecke bin und die ganze Sache zusammenschneide, damit es ordentlich wird. Das macht mir persönlich auch extrem viel Spaß, aber ich habe die Zeit nicht. Das ist mein Problem, deswegen habe ich auch keine Thumbnails auf YouTube, weil ich, äh, dafür überhaupt keine Zeit habe. Außerdem habe ich kein Talent dazu. Bin ich ehrlich, da müsste ich ein Teamländer haben. Oh, jedenfalls noch eine zweite Person, die mir hilft ein Thumbnail zu erstellen. Thumbnail, Thumbnail, wie ihr es wollt. Einfach zu erstellen, damit ich einen habe. Sonst habe ich einfach, äh, keine Ideen großartig. Genau das gleiche mit dem Namen, da bin ich einfach auch überfordert und weiß einfach nicht weiter. Ähm, beides ist die Musik eigentlich laut genug. Falls du mich hörst und nicht bei drei anderen Streams noch zuschauen. Ah, meine Bombe hat auch noch gut gesessen. Warum habe ich den nie einsammeln können? Naja, ich sage jetzt mal, ich lasse es erstmal im Moment, äh, im Moment ist ja alles so okay wie es ist, muss ich wirklich auch so sagen. Die Wintervideos, äh, wenn meine beste, äh, der Kunden eben nicht kommt, äh, laufen wir ein bisschen durch die Stadt und, ähm, ich darf nicht schlafen. Es ist mir verboten, wenn sie da ist, da ist, zu schlafen. Hat aber auch den vollen Grund, weil ich schnarche. Und, deswegen werde ich dann so die Zeiten nehmen, um zu schneiden. und das Ganze eben, äh, ein bisschen hinter zu mir bekommen. Damit das, äh, ja, die Zeit ausgenutzt ist. Ähm, äh, muss ich eben nur gucken. Ja, ich bin tot. Okay, muss jetzt gucken, was habe ich vielleicht noch als Gutes. Oh, wenn das ist. Oh, wenn das ist. Jo, bissle, ein paar Leute abkassieren, die das zu mir kommen. Nein, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass der noch so weit stirbt. Schön ist auch, ich sollte mein Bestes jetzt in Ruhe lassen, jetzt schlöpst du mich selber an. Und, ich bin tot. Ich lebe. Alter, bin ich ein Lacker. Lack. Ach so. Oh, viel zu weit. Obwohl, den hinteren könnte ich treffen. Ja. Als ob, wenn wir das, da reißen wir die Runde diesmal rum. Da wird mich jetzt versuchen zu killen. Kriegt aber nicht hin. Weil ich da big boss bin. Fuck you bitches. Jetzt sinds. Genau, meine Schussbahn. Äh, hab ich noch andere Spieler? Ja. Ich hab noch Chicken Horse und sowas. Ich muss mal kurz eine Sprache noch nicht machen. Ich miete mich mal kurz im Stream. Okay, da bin ich wieder. Ich hab gesehen, dass ich tot bin. Ja, ich habe Minecraft. Ich hab sogar einen eigenen Server von Big Dick. Das ist vom Technik Launcher. Einfach mal auf meinen Kanal gehen. Da hat das letzte Video auch zu Aufrufe. Ich weiß nicht warum. Das ist wiederum nach oben auch noch. Dann freu ich mich. Ne, also Minecraft habe ich. Ich hab einen Technik Launcher. Damals habe ich mit Raccoon Style Play. Äh, habe ich. Weil ich nicht nur auf der Gamescom habe ich. Da habe ich auch noch über einen Fitbit Launcher. Äh, Fitbit gespielt. Wollen wir Minecraft spielen? Bin ich im Moment nicht so in der Laune dazu. Ich habe mir eher Bock gerade so ein Shellshock zu spielen. Weil Shellshock so ein schön lockerer Spiel, äh, lockere Sache ist. Nämlich so ein bisschen entspannend gut. Auch wenn ich die ganze Zeit nicht sterbe. Hm. Ey, da habe ich gerade keine Lust drauf auf Minecraft. Man könnte vielleicht Minecraft, ja. Man könnte es was streamen oder sowas. Oder allgemein spielen. Ich weiß ja nicht wie du es meinst. Ob man sich da, äh, sich mal zusammenschließen sollte. Und mal gemeinsam spielen oder sowas. Oh, das Handbrust habe ich. Aber jedenfalls jetzt habe ich keine Lust auf Minecraft. Ich glaube die Sprachnachricht hört sie sich nicht an. Deswegen muss ich hier schreiben. Ja, okay, kein Problem. Geht ein Ressourcen-Paket bearbeiten. Null Probleme. Ich bin ja irgendwie, äh, die Streams alleine gewöhnt. Deswegen. Boys, boys. Jo. Jetzt wo ich die vier Runde mache, mache Kinder. Würden Kinder starten. Jo. Und jetzt muss ich die zweite Runde machen. Ja. Das ist mir ganz schön. Du... 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 also wenn ihr jetzt ein jetzt nur noch bin sonst wird er gekickt ich möchte keine drei stunden warten hier auf irgendjemanden okay man kick boys 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 Jetzt kommt eben keiner mehr rein, wie geil sie sind. Oh, da ist jemand reingekommen, das ist G9, ok. So, fahren wir mal in meine Beste, was er alles einpackt, oh, ich bin mit Caseman, ach ja. Ok, ich kann mich nicht bewegen, yo, Messer. Nimm mal Granate, auch wenn es vielleicht nie so schön. Hm, ich will auch nie, move back a bit more, mehr kann ich nicht. Thanks, Bro. Hm, no problem. Ich bin selbst international hier unterwegs, Leute. Das müsst ihr wissen. Und da geht's weit. Scheiße. Ich, weil ich live bin. Okay. Boys, boys, boys. 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 Jetzt greicht auf mich? Was soll denn das? Was ist das? Was ist das? Ah cool Oh no, sorry, es ist englisch You are englisch Oh I almost been to German once Ja, schön Duuuu Was? Lass mal Bei denen was schreiben, ich weiß nicht was Ne, das ist assi Ich mag kein englisch Mal gucken, ob es mit zählt War auch ein Witz Oh Und komm, setzt er drauf und noch Na Scheiße Der hat nen Sniper gehabt Was? I got him next time Okay Woah Achtung Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Oh Gott Okay, so Er ist nichts ohne Tod Tunnel ist eben so scheiße, weil er zu weit hinten steht würde ich sagen Ich kann dich nicht töten Ich kann dich nicht töten Warum kannst du es nicht? Warum kannst du mich nicht töten? Das ist ein Fehler Ich kann dich an da Ich kann dich auf das Kschöne W W Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Leute, jetzt kommt die Party. Der geht zu weit. Der geht zu wollen. Vielleicht erwischt er noch den, entweder Final Ninja oder den anderen dort hinten. Viel zu weit. Ah, jeder hat getroffen, was soll denn das? Und ich bin der einzige, der nicht getroffen hat. Wenn ich vor dem wäre, ja. Und bessere Waffen hätte. Naja, ich habe schon einigermaßen okay Waffen. Hier, die beiden gemeinsam auf einem Fleck. Gott, ich liebe dich. Jetzt nur noch Treffen. Moving round. Geil. Wenn du mir das Zeichen meinst, da bin ich auch noch nicht so drinnen. Ich muss gucken, bei mir gibt es vieles noch nicht. Ich habe auch keine Bots drinnen. Vor allem Musikbots kann ich überhaupt nicht leiden. Weil dann kommt wieder Gamer rechtliche Musik und die wird mir dann die Tonspur komplett gesperrt. Und... Ja. Und dann ist die Tonspur weg. Nein! Nein, Python! Was soll das? Spendboy Hib. Spendboy Hib. Spiniboy Hib. Pfff... Oh, ist wieder auf alles, auf all, natürlich auf Team, nein, na, okay. Oh nein, jetzt hab ich gewohnt, ich hasse mein verdammtes Leben, eh, so ist neidbar, hm. Alter, wenn ich hier in die Kamera hätte, hier würde so die Party abgehen. Hier müssen einfach mehr Leute kommen. Leute, ich kann heute nicht so lange, kommt, bringt doch mal für zwei Stunden, kommt doch mal mit den Leuten her, die einfach hier komplett mit ausrasten, der ganze Chat muss ausrasten, 90 Leute kommt, das sind zwei Leute, zwei Leute als Abonnenten noch dazu. 90 Leute, das wär heute mein Ziel. Ja, ich bin tot, ne, obwohl, ne, ich bin ziemlich nicht tot, aber. Was hat er gemacht? Er hat mir nichts gemacht. Ah, 96, das geht noch. Wie gesagt, das sind zwei Leute, die wir jetzt noch hier dazu brauchen. Das sind wir 90. So, und dann können wir gern am Dienstag zum Montag gern nochmal zwei Leute dazu, oder fünf Leute. Dass man jeden so fünf Leute dazu bekommt. Eigentlich müsste ich die Rollen so lange machen. Wie heißt denn TS? Wie heißt denn TS? Äh. Ich bin gerade auf keinen. Sonst. Naja, komm, ich mach ihn jetzt fertig mit der Glock. Und auch nicht. Ich bin doch nicht auf dem Dings. Was? Wenn ich nicht auf dem TS bin, TSli. Das ist richtig nice. Ich soll ihn move'n, obwohl ich auf keinem TS bin. Let's go, huh? Du schaffst das. Und dann. Da-e-e... Ich treff den noch nicht mal. Ich treff den nicht mal. Was soll das? Was ist denn das? Was soll das? Ich hasse Case. Ach, ich kille Case. Please don't blow. Geht eh, eh nie. Was geht das? Ich dachte es geht. Die D-double die, double die, double die, double die. Die da will die. Dann hat er nichts. Die da will die, da will die da will die. Okay, ich weiß nicht was Bethesda los ist. Ich hab zu viel gesoffen bestimmt schon. Oh viel zu weit. Der ist jetzt aber aus zu dem ich an der Kante. Oh jetzt ist er natürlich weiter oben. Das gefällt mir natürlich viel viel besser. Man könnte den jetzt schön in sein Gesicht mit einer Statik reinschießen. Das werde ich jetzt natürlich machen. Bei mir läuft es nicht, bei mir hängt es. Es läuft einigermaßen okay, sagen wir es mal so. Mir fehlen eben noch meine zwei Abonnenten, damit ich mein Ziel für heute erreicht habe. Vorher ziehe ich mich nicht an. Oh, er schießt das Buch. Das Buch, was ich mal sehen wollte. Ach, das ist das Buch. Jo, jo. Jo, jo. Ich hab gedacht wir verlieren hier hundertprozentig. Aber haben wir wohl doch nicht. Ja eben, weil ich will ja noch die zwei bekommen. Wenn ich die 90 heute noch voll bekomme. Und dann von Dienstag zum Montag möchte ich auch noch mal so um die Fünfe bekommen. Fünfe bis zehn, das war richtig, richtig nice. Aber heute habe ich nicht so die Reichweite. Finde schade, dass bei LP mit Nick nicht die Leute zuschauen. Mich würde mal interessieren, Nick, wenn du noch da bist, machst du YouTube eigentlich? Oder machst du... Du machst bestimmt YouTube, wenn du so heißt. Nee. Nee. Sagte ich. Ja. Sagte ich. Ah. Ja, die haben schon. Alter, es gibt probleme. Ich habe auch nur die hundert. was den checks nicht so mal gucken mit wir sind dran ist aber will man natürlich ist noch nicht verspenden er macht mein kraft bestimmt mit nick ich habe mit nick tv das 15 mit nick 11 1.0 überhaupt was gerade getroffen ich habe gar nicht aufgepasst mit nick 12 mit nick wie heißt du auf youtube jetzt anfängst mit nick dann bitte genauer ich habe sogar getroffen also gehen mal youtube ach so Nein, ich habe den Twitch-Spot noch nicht eingerichtet. Ich habe mich damit echt noch nicht zusammengefunden. Okay, irgendwas habe ich dann falsch geschrieben. Also bei mir wird irgendwie keine Ergebnisse gefunden angezeigt. Ja, du darfst ihn gerne mal in den Dings hier reinschicken. Eigentlich bin ich ja nicht so der Freund, aber ich habe es mir jetzt damit gewünscht. Also ich würde ihn gerne mal in den Dings sehen, weil dann hast du glaube ich schon die 2 Abos mehr auf einmal. Weil ich glaube schon, dass es bald nämlich so freundlich ist. Auch ganz knapp daneben. Wie gesagt, falls hier noch irgendwelche Leute bei dir sind, kommt einfach her in den Stream. Das Stream geht noch eine kleine Weile. Natürlich mit viel viel Spaß. Gut, ich muss euch sagen, das ist natürlich so eine kleine Sache, die mich natürlich ein bisschen ankotzt. Nicht mit den Jüngern oder sowas, was mich ankotzt. Sondern was mir eigentlich an der ganzen Sache nur ankotzt ist, mit dem manchmal zu spielen. Manchmal hast du dann echt diese kleinen Kinder, die dann so so sind, wo ich mir denke, hm, geil. Wo ich dann lieber sage, ja komm, ich will lieber die Erwachsenen haben, die natürlich dann richtig hardcore loslegen. so. So. Du machst mein Koffie wie gesagt. Achso, ja hier gerne. Ach, die Runde ist jetzt schon vorbei. Ich bin hier nebenbei am was machen. Nein, das sage ich nicht, dass ich gleich so denke, dass du so bist. Ich habe mir die Videos dann noch nicht angeguckt von dir. Aber ich hätte letztes Mal im Stream, ich weiß nicht, ob er jetzt so guckt, wenn ja, tut es mir leid, aber es ist wirklich so, wo ich mir dachte, ähm, geil, also du hast dich sehr kindisch an und schreist nur hier rum und wie so ein kleines Kind. Das ist einfach nur bescheiden. Für die Leute, die sich natürlich in Erwachsenen mitnehmen und sowas, habe ich alles kein Problem damit. So, du bist jetzt bei mir, bist du auf der Seite mit verlinkt. Mach ich natürlich auch gerne so. Ich guck mir gerne dann später dein Video an, wenn ich dann ins Bett gehe oder so. Guck mir gerne dein Video an. Mach ich, mach ich sehr gerne so. Dann kann ich dir auch mehr meine Meinung sagen. Kann dir auch unter den Kommentar geben. Kann ich dir auch sagen, los Junge, wir treffen uns mal und nehmen natürlich auf, weil ich dich so richtig geil finde. Äh, man muss sehen. Ah, Fissern. Vielleicht sag ich auch mal, ey Junge, du bist so geil, mit dir muss ich auch mal ein Stream machen. Dann zwölf Stunden Swim oder sowas durchmachen. Ey, der ist nach der Zeit noch gefahren. Füßern, du bist so ein Hacker. Ach nein. Ey, jetzt geht er genau in die Schissbahn rein. Muss fast über die ganzen Maps schießen. Äh, jeder hat scheiß angefangen, sagen wir es mal so. Also das ist nicht mal am Anfang. Meine ersten Videos sind über Laptop mit einem Headset Mikrofon. Das hat alles geleckt und alles mögliche. Aber manche Videos von mir wurden gepusht. Muss ich wirklich sagen, wurden gepusht auf 300 Views und sonst was. Da hat er mir als Weihnachtsgeschenk wirklich auf seinen Seiten gepostet und hat mir so einen übelsten Push verbreitet. Aber nur von den Klicks her und nicht von dem was man so sieht. Äh, und nie von den Abos her. Ja, ich muss echt sagen, wenn du nicht so ein kleines Baby-Kid bist, dann sag ich auch gerne, äh, komm, lass uns gemeinsam das Stream machen, äh, von Minecraft. Ja, ich hab ein 10 Euro jetzt von Mikro, äh, von, äh, von, äh, von, 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 in Kaufland gab's. Die Dinger sind, habe ich zwei gehabt und die beiden sind bei einer, die irgendwas kaputt gegangen immer. Was? Was hat er geschrieben? Ist, wenn das Wort, der ist verrückt. Ja. Ja. Okay. Und wie gesagt, man hat immer angefangen. Man kann ja auch so ein, äh, was hab ich hier für ein Headset? Das ist das, äh, G430. Das ist ein ordentliches Headset. Man kann auch ordentlich damit, äh, machen. Ja, also ich hab mit meinem eigenen Geld, muss ich mir hier eben was holen. Ich hab ein, ähm, Großmembraner, sag ich gleich Bescheid. Äh, warte mal, ich muss ihn mal kurz machen. Äh, ein Großmembranen-Mikrofon ist MXL, 2006, mit einem Behringer, ähm, Behringer, äh, 3, äh, ne, 802, glaub ich war uns. Kann ich grad nie lesen. Der war im Wege. Muss sich töten. Ja, und, äh, hab mir eben jetzt nach und nach, hab ich mich in Technik eingelesen, hab jetzt sogar ein, äh, LED-Panel. Wenn ich jetzt irgendwann mal meinen, äh, äh, meinen Facecam-Umfang mal vielleicht anschließe, man weiß es ja nicht, was denn noch dazu kommt, dass dann eben ein bisschen mehr Stimmung aufkommt, dass ich mit Lichter arbeite. Man muss einfach mal abwarten. Man kann ja auch nie von Anfang an sagen, ja, ich fang mal mit YouTube an, äh, hol mir gleich eine 500-Euro-Kamera. Und sowas, ähm, aha. Also, das geht nicht. Man kann nie von, von 0 auf 100 machen. Und zwar hat er ihnen gesagt, ja, ich mach dir eine Internetseite. Ja, du kriegst, äh, das, äh, Rode NT1 und das und das noch dazu. Äh, er hat mich verarscht. Das ganze Equip, was er mir kaufen wollte, war ein Equip-Wert von 300. Und das gilt nie. Da wollen mich einfach viel zu besser pushen und dann merkt man das schon. GG. Bald hat er auch, sieht jetzt erst, also Swaggy Gaming, der hat sich jetzt auch vor kurzem, äh, ein neues Mikrofon geholt gehabt. Er geht über, äh, USB. Hört sich auch richtig nice an. Einstelle, kannst du alles dann über, über Computer machen. Und, ähm, ich mach eben alle über meinen, meinen Mischpuls. Und ja, man muss eben wissen, was man haben möchte. Ja, allgemein, was, was möchte man machen? Weil, wenn du, wenn du sagst, ja, ich möchte nur meine drei Videos hier, äh, im Jahr bringen, dann brauchst du dir kein Mikrofon für, ähm, 500 Euro oder sowas holen. Da reicht auch ein billigeres aus. Auf Wiedererknall. Ah, er hat einfach selber gemacht. Ich? Nee. Das ist M. Mhhhhh. Mmmmmmmmm. So, bei mir, äh, kann ich auch noch was dazu erzählen? Eigentlich hat's ja angefangen, dass ich eigentlich mit Spenden sammeln möchte. Spenden sammeln wollte. das hat sich aber dann auch so ein bisschen abgeklungen wenn man dann am anfang denkt man sich immer so youtube ich mach eben bis mein mann hier gut ist ist in wirklichkeit überhaupt nicht so man muss wirklich viel zeit reinstecken und es dauert natürlich auch halbe ewigkeiten bis man irgendwas geschafft hat und das ist natürlich also man ja geiler sprung also bei mir hat es eben angefangen gehabt dass ich spenden sammeln wollte und muss alle seiten gemacht twitch viel mehr spaß als youtube es liegt nicht ganz so viel arbeit dahinter ich kann das so zwischendurch mal machen passt vollkommen zu mit meinen arbeitszeiten mit mit meiner allgemeinen laune die so zwischendurch habe das ist das eigentlich richtig perfekt was ich wiederum nicht mag wenn du eine scheiß in der verbindung hast wie ich ich habe eine tausend upload kannst du einfach nicht was ordentliches machen du kannst auch auf youtube streamer da posten 10.000 upload oder so zum 10.000 machen wir uns hauer so zwei stunden genau noch genau zwei stunden noch komm wir machen mal 6 aber mal gucken ob wieder jemand dazukommt man kann sich natürlich auch mal den ganzen unbox video angucken was ich eigentlich direkt habe oder wie es aussieht meine reaktion vor allen dingen darauf am anfang habe ich mir gedacht what the fuck das pop up schutz ist also groß wie man eine hand fasst und jetzt finde ich das so ja pille palle das ist normal für mich groß weil ich weiß es gibt extrem große sachen und das ist für mich so ein pille palle zeug so mit wem bin ich mit füße ich weiß das ist ein fehler was ich gerade gemacht habe so lg 98 liebe größe aus 98 da bin ich geboren deswegen liebe größe daraus ich hoffe dass die ganze musik jetzt hier so ein bisschen gemma frei ist aber ich glaube ich wechsle mal kurz über die musik und zwar auf no copyright sounds da bin ich mir zu 300 prozent sicher dass ich hier keine gemma rechtlichen äh probleme bekommen werde ich hab was hab ich denn eigentlich verworfen das hab ich noch gar nie geguckt mhm der hätte fast perfekt geklappt gut das wars ich wollte eigentlich keinen bogen drauf werfen aber vielleicht krieg ich den jubi wie hin jubobi falls die mich jetzt nicht treffen ich riskiere es mal 2 oder 3 mach 3 ich riskiere 3 ja 110 damage nice shot genau von wo ich mir den stream vom mittwoch angeguckt habe habe ich mir gedacht alter wie geil ist das ich bin zwar extrem leise aber das hört sich geil an von der qualität vom bild her ist es auch nice x aha uh can you i e e hm Oh, komm, 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 komm. Nein. No. Oh, das war knapp. 13 Damage. Du schaust, das schaust du. Never. Verdient. Nein, das macht nur 10. Ich hab's vergessen, dass es nur 10 macht. Komm, den töd ich jetzt. Mit der nächsten Sache töd ich den jetzt. Der Fert. Obwohl, wie viel hat der hinten? Dann will ich eh nichts mit dem. Ich wollte ein Doppel-Damage. Damit kann ich treffen. Damit treffe ich 100%ig. Der ist tot. Überraschung. Nein. Mal. Nur bei mir. Live. Live. Und jetzt. Auch wenn die Musik mir nie so gefällt. Ja. Danke. 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 Ich habe einen Schuss bekommen. Ich habe einen scheiß fucking Schuss bekommen. Gut. Gar nicht mal ganz so schlecht. Das heißt ich muss ein bisschen weiter runter ziehen. Ja. 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 einfach so richtig glücklich drauf wenn ich nicht was aufnehmen so will damit haben wir kommt ihr jetzt zurück zu einer neuen folge von männer sofort ach ne warte mal wir sind ja hier bei bababab und sowas man darf natürlich das ganze nicht übertreiben aber man darf es auch nicht so rüberbringen ja hallo ja wer geht's euch du siehst du merkst ja glaube ich hier in dem stream alleine wie viel bock ich einfach drauf habe live zu sein auch wenn ich weiß meine stimme ist die beste ich kann es auch nicht alles gut aber ich habe so richtig richtig bock darauf und das ist die sache was man wirklich sagen muss wenn du bock auf das hast dann ist alles in ordnung wenn du keine lust mehr auf irgendwas hast dann hast du den kampf verloren ganz einfach weil dann bringt dir das nie irgendwie was anzufangen und das merkst du eben noch die die kinder oder sowas guck dir meinen letzten stream an und du weißt was ich meine also da gibt es manche sachen dann denke ich mir so junge man merkt wie alt du bist wenn du mit älteren spielst ich hatte schon mit welchen gespielt sind über 30 fast 40 gewesen wir nehmen diese simulations spiel die ich so damals die ich auch extrem feiern manche richtig ernst also wo du dann wirklich geschwindigkeit richtig fahren muss und sowas und so weiter und so fort das sind eben sachen die kannst du jetzt bei dir noch nicht mit rein zählen ja ich guck mir gerne dann was an von dir jetzt gerade ja wohl ich könnte jetzt im stream könnte ich jetzt mal was langweilen könnte ich doch mal reingucken nicht wahr ich guck mal mein bestes schon schläft 95 was das letzte mal online vielleicht ist auch duschen jetzt man weiß es nicht ich wohne auf meinen kanal gehen also ich glaube man sieht auch dass ich extrem viel spaß habe mit 1000 videos was mich nun mal besuchen auf youtube da wirst du sehen was ich meine von der stunde acht aufrufe naja sind sie bei mir die normalen aufrufe so kanäle bis weit unten je drei videos kommen uns einfach mal an was meint ihr ich bin ich bin wie findet ihr es besser also ja ich muss schon sagen es ist doch schon was ich bin anderes als wenn du jetzt ins von jemand älteres guckst ist aber auch jetzt nicht dass man sagt ja es ist scheiße es ist es ist einfach was besonderes es ist schon ja es ist okay dann war es mal so warum hat mich jetzt für die eigentlich eingeladen sein dingste gucken so den werde ich eh verhauen ich habe den getroffen wenn ich das ganze aufwenden jemand ist jetzt ich bin nicht mehr bei den top twitch drinnen was soll denn das geht komplett auf angriff okay samourin ist glaube ich geil so jetzt gucken wir mal was nein du sollst jetzt keine runde machen alter da hast du alle waffen geil da werden alle waffen gezeigt das ist natürlich geil mal gucken ob noch jemand dazu kommt wie gesagt wenn du irgendwelche leute noch hast hol sie einfach ich habe noch ein und eine halbe stunde fast zu streamen skywars mit olli bin ich wieder mit meinem ersten video ich guck mal lieber dein erstes intro an okay ich habe was ich habe was ich habe was nicht points wo ist denn das scooter vier okay warum man da auf den daumen nach unten gibt weiß ich auch nicht das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes video wenn ich bin ja was haben wir denn so für waffen den spatz muss ich nehmen wie gesagt also wir könnten gerne mal irgendwie uns in kontakt setzen und äh minecraft zocken das ist so eine einfache runde hier ja kommt ein tor ne peter bringt auf nichts jetzt ins loch rein das wäre richtig fies wenn wir dort reinschießen müssten jetzt also macht er denn ein tor oder auch nicht nein 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 das hätte besser gehen können wäre echt geil gewesen wenn er jetzt noch eingegangen wäre ach kommt da jetzt bei 2 2 2 voller sagt bitte nie die kunden dann gegen 23 euro darauf habe ich euch kennenlösen was man kann ja nichts ordentliches machen man kann eben nicht mit einem dreier schluss kann man irgendwie anfangen glaube ich mal ja Videos sind zu viel, was ist denn das hier drüben? Ah, ok, geil Ja, es ist schon gut, es ist schon gut, es ist schon gut so Oh, das war knapp Oh, Rubik macht DJ Streamer Ja, ist ja nicht schlimm, aber es ist sowieso heutzutage auf YouTube hoch, äh groß rauszukommen Ist extrem schwer Weil, wie willst du noch an die 100.000 so schnell rankommen oder sowas? Das geht nicht Und du brauchst eben Reichweite, oder? Du brauchst eben größere Leute, die dir helfen dabei Ach du Scheiße Nein Ja komm, spring rüber, spring rüber Nein, 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 nein Ich hoffe, die Asparten mit dir Ich hoffe, die Asparten mit dir Ja, ich hab Komm, 3 Ball Was ist noch so scheiße gerade? Man Können wir mal die Zeit nutzen? Hostet mich Wer hostet mich? Rolli und Diamantaxe Und holt es mich automatisch SwaggyGaming SwaggyGaming rollt mich automatisch Und da hab ich noch nicht mehr aufgeführt Das gehört es mir wieder an Ich hab mal kurz die R5 Ich hab mal nichts mehr dazu Ja, ich hing auf ein 88 Vollern fest Wäre echt geil, wenn das nicht mehr ist Ja, machen wir mal Assassin Und hoffen wir, dass hier noch ein paar Leute dazukommen Live Stream So, mal gucken auf Vielleicht kommt hier noch mal jemand rein Wir machen mal Deathmatch an Damit viele Lust haben reinzukommen Könnt gerne alle reinkommen Leute, ich bin offen Teigt, dass Männers World live ist Ich hab auch noch ein anderes Spiel Was ich vielleicht Testen würde Zu stream Aber ich weiß nicht Ich hab nur noch eineinhalb Stunden dafür Ich hab noch ein paar Spiele Ich hab GDR 5 Ich hab Battlefield 1 Ultimate Chicken Horse Rocket Leach Black Creed Buffia Neighbors for Hell Neighbors from Hell Anno 602 Und 1503 Wo ich gerne 1503 Versuchen nur zu streamen Morfosh Killing Floor Minecraft Transfer Fever Transfer Fever Was auch so eine schöne Sache Die wurde auch Ob das mal so Geguckt mit Eurodax Mörder auch eine Sache Die auf dem Kanal Recht gut ankommen Farming Simulator Techno Launcher Turca Multiplayer Und Walk of Ages Wo ich aber schon durch bin Jodo Kündig Möchers Moderator Aufwäck kann er machen Muss aber wissen ob du das machen So das mal nicht Und ich glaube ich Wechsel Spiel Da bringt man dann Den streamen kurzen Wenige Sekunde da Sie einfach mal was anderes Spiele Ich bin hier noch klein schnell 100 100 100 100 100 Minecraft könnte man jetzt sagen Man könnte auch mal auf den Server drauf gehen Das können wir natürlich machen Gut da würde ich sagen Ich mach mal kurz hier Mein streamen Kurz bänden Stell alles schnell mal um Auf das andere Spiel Und bin ich in wenigen Sekunden wieder da Ich mach mal kurz ein bisschen Ich mach mal um Ich mach mal um Ich mach mal um